Leute, willkommen zurück zu Let's Play Metroid a la M. Ja, äh, sorry, dass ich im letzten Part nicht mal hier tschau gesagt habe und so, wie sonst immer. Äh, denn, äh, hier, äh, jemand wollte mich da im letzten Part meine Aufnahme verdauen. Und, äh, okay, nein, äh, der Part war sowieso eigentlich schon zu Ende, aber, äh, ich hatte auch keinen Bock, äh, jetzt nochmal alles von vorn zu machen. Nur wegen jetzt so einer Kleinigkeit, also ich hoffe, ihr könnt mir das noch verzeihen. Äh, ja, okay, ja, im letzten Part haben wir, äh, diese, äh, dieses, äh, diese ganzen Fliegen da und so alles, äh, kaputt, kaputt gehauen, kaputt geschahen. Äh, wo muss ich überhaupt lang, muss ich überhaupt lang? Ich weiß es nicht. Ich guck einfach mal. Ich bin mir nicht so sicher. Ich weiß nämlich, dass ich gerade echt nicht wünschen muss. Ich weiß es echt nicht. Ich guck einfach mal, er so, die Karte zeigt mir nicht an, dass es falsch ist. Oder? Ne, warte mal. Das ist falsch. Da muss ich doch mal nicht hin, oder? Ach, ich hab keine Ahnung. Jetzt ist es schon so lange her, dass ich das gezockt habe, das Spiel. Ich weiß eh nicht mehr, was ich da machen muss. Also, sorry, Leute, ne? Also, sorry, Leute. Es tut mir leid. Äh, muss ich ja auch lang? Ich weiß es nicht. Was weiß ich überhaupt. Aber das hat bestimmt nicht getan. Nein, verpiss ich. Verpiss ich, verpiss ich. Ach komm, verpiss euch, verpiss euch. Verpiss euch, verpiss euch. Fahr oder verpiss dich. Nix da, hier greift mich nicht an. Okay, dann, äh, aktivieren, wie doch mal, oder versuchen, es diesen Scheiter hier zu aktivieren. Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht könnte ja sein, dass das der richtige Weg ist. Oder kann auch sein, dass ich total falsch bin. Ach man. Na ja, werden wir gleich mal sehen. Werden wir alles gleich mal sehen, ob ich den richtigen Weg genommen habe. Scheiße. So. Nein, komm. Geh hoch. So. Oh nein, 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 nein. Fuck, 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 fuck. Wie konnte ich das vergessen? Wie konnte ich diese Dinger vergessen? Hab ich den nicht gesprochen? Anscheinend nicht. Aber wir gucken, warte mal. Den muss ich nicht gehen. Ja, ich hab ihn gekriegt. Aber ich muss es zunächst auch noch kriegen. Kopf, schreit. Bevor er mich noch packt hier. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen schließlich ja noch weiterkommen. Okay, ich weiß gerade echt nicht, wo wir sind. Also der mag mich wohl nicht leiden. Ach, von mir wollte ich mir ja eigentlich so schwer. Wow. Was jetzt? Was soll das jetzt gebracht haben? Äh, ich sehe doch gar nichts. Okay, dann finden wir einfach mal raus, was das uns alles gebracht hat. Äh, 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 ich meine, ich mit meiner Lachen hier immer, äh, 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 das hab ich mir echt mal abgewühlt, denn da nervt, meine Meinung nach, einfach nur. Okay, ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Okay, ich weiß gerade echt nicht, was ich machen soll. Hey, was ist denn da? Aha. was ist denn da? Was für ein Zufall? Ein Missal-Container. Uęh, nein, 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 nein. Das ist veröffentlicht worden. Ja, höchstlich. Kämpfe. die ganzen blöden Fischer Indien so auf den Tag ich weiß gerade nicht nicht was ich jetzt machen will was hat mich hier Rund Rund Herzinfarkt Herzinfarkt er hat genau das wollen sie genau das wollen sie wir wollen einfach ein Herzinfarkt geben mit dem ich damit jetzt in diesem Kurs Töten und dann wird alles Palletti ja nein was zum Teufel Und was hat uns da bitte schon jetzt gebracht? Also ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung was ich gebracht habe. Gerade echt nicht. Okay. So wie Leute es gerade zu stehen, aber dieses was auch nicht so zu laufen und ich weiß gar nicht, was man soll auch sein jetzt zu überspringen, okay. Warum hat sich vorerst geklappt? Egal. Oh nein. Oh nein. Ich weiß was kommt. Ich weiß was kommt. Fuck ich weiß was kommt. Ich weiß was kommt. Ich weiß es jetzt schon. Was war das? Was war das? Oh nein. Hier. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Hier Leute. Seht ihr dieses Ding? Nein das hier? Oh ja. Hehe. Äh ich weiß was ich weiß was es ist. Ich weiß was es ist. Ihr wisst es vielleicht auch schon. Das haben wir im ehem vielleicht letzten Part ehem schon gesehen. haben wir das haben wir es einfach rumschreien hören wir haben durch die die Bildung durch die Gegend geschossen hat okay ich muss mal gucken wo ich überhaupt jetzt lang muss vielleicht was sie ja ich glaube es hier war es nein ja hier was hier was hier was hier muss ich hin genau hier ich muss nicht aufpassen weil hier waren und natürlich werde ich mal wieder getroffen und von mir nicht runterfallen ne hier waren diesmal keine Gegner das ist schön wie schön stehe hier noch alles ist man hört nur wie hier die ganzen Regentropfen runterfallen und sonst ist alles zu ruhig wunderschön das ändert sich gleich das ändert sich gleich wenn ich jetzt dieses Ding hier nämlich aktiviere was habe ich euch gesagt was habe ich euch gesagt und was jetzt wollen wir hier mal nicht uns nicht so anstellen wir schießen einfach wild auf dieses Ding los ohne uns erwischen zu lassen das Ding schießt einfach wild um sich versucht uns dabei zu treffen aber es wird uns nicht treffen denn wir sind schneller und stärker und klüger und besser und alles mögliche also jetzt jetzt du triffst du musst treffen ja aber bitte ohne zu sterben fuck 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 ich darf nicht sterben nein ich darf nicht sterben und ich werde auch nicht sterben ha ha detected stecken moles so viel kannst du niemals wieder lieben aushalten oh oh man fuck wie lange braucht der oh fuck ich glaube ich muss mal was ausfolien komm schon aha hahaha ja ja jetzt habe ich eine Schwachstelle erreicht jetzt weiß ich womit ich dich richtig fühlen kann einfach mit ein paar Mütter wenn man bitte ohne sterben oh fuck das kann jetzt nicht werden ha oh scheiße fuck komm schon du musst treffen und du hast getroffen und äh jetzt geht der ganze Scheiße hier von vorne los komm schon stirb und bam wir haben ihn besiegt das war eigentlich ein relativ leichter Bosskampf nur äh oh wieder mehr von diesen komischen Fliegen was wollen die hier noch ich meine ihre Königin ist tot oder König ne ich aber er könig so ignorieren wir die anderen einfach oder versuchen es what the fuck an den Raum kann ich mich fast gar nicht erinnern fast nicht etwas kann ich mich schon an den Raum erinnern aber nicht mehr wirklich ist schon wieder komischen Fliecher und dort ist wohl doch nichts wo nein du lässt sich nicht von diesen Dingen treffen da musst du du darfst nämlich nicht runterfallen aber natürlich fällt sie gleich wieder runter ich meine warum denn nicht ok aktivieren wir das ich hoffe nicht jetzt dass dieses komische Ding jetzt auf uns unterstützt ne sieht nicht aus weil nur bei das letzte Mal war nur das letzte Mal so ne äh ok der Raum sieht fast so ähnlich aus wie der der äh wo ich vorher war hä warte mal oh wo ich jetzt verarschen ich wollte ich auf auch auch mit ein h die 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 nie wieder so da stirbt und BAM in your face und der nächste der nächste der nächste Nein du sollst nicht auf mich springen ich will auf dich springen und BAM und nochmal top Nein Fui 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 Nein Du bist ganz schön böse Headshot Ha das war's Ok wo muss ich jetzt lang anscheinend hier lang aber warte ich guck erstmal gibt es hier noch irgendwas Ach was ist das was ist das ich will da hin ich will da hin ich will da hin ich will da hin aber wie komm ich da hin oh man wie komm ich da hin ich will da hin hallo gibt es da irgendwie einen Weg hallo hallo Aschoch Aschoch Kind ne anscheinend nicht anscheinend nicht dann dann hoffe ich eben irgendwann ein anderes Mal äh warte mal was ist das hier kann man das springen nö kann man nicht hätte sein können so das Ding ist schon mal weg und du bist auch weg was ist das hier alles wieder was zum Teufel ist das hier alles wieder ich weiß es nicht ich hab gar echt keine Ahnung mehr Oben Oben 9 9 9 Leute wir können auch wir können unseren alten Freund von vorn noch mal begrüßen Darf ich vorstellen, das ist ein Baummonster. Nein, nicht treffen. Du darfst mich nicht treffen, du darfst mich nicht treffen, ich habe gedacht du darfst mich nicht treffen. Oh fuck. Das kann was werden, das kann was werden. Oh scheiße. Oh scheiße. Boah, ich habe mich getroffen. Haha. Fuck. Ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren. Boah, der kommt ja immer näher hier. Oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße. Oh fuck. Äh, wo ist der denn? Oh man. Komm schon, ich muss treffen. Nein, tut noch nicht. Aufwacht, aufwacht. Ich muss nicht mehr sterben. Fortsetzen, ja. Aber Leute, der, äh, den, diesen Typen machen wir dann im nächsten Part weiter. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen dann und ja, willkommen, äh, ja, diesmal, äh, ja, ja, pff, ich weiß gar nicht, was ich sagen will. Äh, auf jeden Fall, ja, bis zum nächsten Part. Ciao.